Womm-womm-womm-womm-womm-womm. Womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm-womm. Weiß ist weiß. Oh ja. Das sieht gut aus. Oh, es ist halt... ...grace. Schön. Jetzt haben wir die ganze Nacht gespielt, das waren aber keine vier Stunden. Ne. Okay, also. Go, go, go. Ja, oder nicht, go, oder? Ja, äh. Ich bin auf die Uhr. Sieben Minuten. Sieben Minuten. Ja, bis zu in der Tankstelle. Tanken schaffen wir noch. Als Kapitän. Sehr optimistisch. Ja. Ich denke, da bin ich mit der Winchester, das ist cool. Wenn natürlich die Uhr alles kaputt sind, ist das natürlich doof. Weil wir wollen schon versuchen, komplett zu clearen, oder? Ja, können wir machen. Wenn die Zeit erlaubt vergeben, dann schon. Wenn nicht, dann anders. Ich versuche gerade, das Auto zu sehen, aber ich sehe nichts. Das stimmt. Da habe ich jetzt auch gar nicht aufgeschaut. Unten steht ein Pick-up. Also, der ist ja immer da. Aber das war zu weit, oder? Nee. Boah, perfekt. Soll ich die wegrotzen? Yo. Lodi-ass. Lodi-gay. Lodi-gay heißt, lass dich in Ruhe, oder? Auf Deutsch. Na, na. Das heißt... Tob dich aus. Tob dich aus, genau. Aber nett, dass da jetzt einer von euch immer dazwischenläuft. Ja, ich sitze vor dir. Ja, ich warte noch ganz fleißig. Okay. Der letzte noch. Ich gehe weg. Moment, der bewegt sich gerade. Stehen bleiben, stehen bleiben. Okay. Gut. Freie Bahn. Mit Marzipan. Oh, da kommt der Nächste. Ja. Ich warte, bis er nah genug bei mir ist. Er blutet. Insofern ein Zombie bluten kann. Zwei Schüsse, der lebt immer noch. Drei. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ihr habt noch fünf Minuten. Ah, locker. Und wir sind erst ein Drittel. Noch nicht einmal ein Drittel. Noch nicht einmal ein Drittel? Nein. Okay. Oder die Anzeige aktualisiert sich nicht. Moment, ich schau mal schnell. Ah, jetzt ist ein Drittel. Also jetzt ist grün geworden. Ja, jetzt ist genau ein Drittel. Ein Drittel wird reichen. Vier Minuten noch. Um auf Sektor B zu kommen. Ja, vier Minuten. Bei zwei Minuten locken wir uns aus. Ja. Kommt den nächsten drei Zombies. Von wo? Ah, von rechts. Ja, bleib bei mir. Drei Schüsse, der lebt noch. Krass. Achtung, ich spitze jetzt mal vor. Ja. Ich renne auch zum Tank. Ja. Ich bin tot. Ja. Bitte nicht. Bleib, 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 bleib wo ihr seid. Alter, rede ich chinesisch? Ja, ich dachte. Boah, Alter, du schießt genau über mich drüber. Ja. Klaas. Geht's weg, Dau. Ja, ich hab schon wieder alle erledigt. Wie schaut's aus mit dem Sprit? Ganz gut. Fast, fast, fast halb. Perfekt. Drei Minuten. Ich hör den Hubschrauber. Ich auch. Oh ja, ich auch. Soll ich draufrotzen, wenn ich ihn sehe? Kann ich schaden. Der fliegt aber wieder weg. Ja. Der ist wieder weg. So, dann locken wir uns mal aus, oder? Wir sind jetzt halb voll. Passt. Zombie kommt. Aber jetzt ist zu tricky. Ich geh weg, ich geh weg, ja. Ja, ich schieße jetzt nicht. Wenn ihr da zu zweit steht. Ist mir das zu dangerous. Aber ich muss noch was essen. Ja, IP ist lang. 100. Gut, dann locken wir uns aus. Ich habe 100.000 Zombies. Ja. Ich meine gelesen zu haben, dass es so vorhat wie dieses Minecraft-Prinzip. Mhm. Also einmal zahlen und immer alles dann kostenlos kriegen. Ja. Wo ist unser Pilot? Ja, bin bei Cloud synchronisieren. Ich finde es in Origin einfach so geil, dass die Zombies nicht ans Auto oder irgendwo hinhauen können. Was kriecht er vorne? Wo? Vorne, vor mir. Ah, ein Zombie. Cool, wenn ein Spieler da noch einen kriegt. Ach, da ist er ja. Der Sergeant Flashlight. Äh. Wo? Machen wir nochmal ein Sekund. Was? Servaries? Wollt ihr uns verarschen? Okay. Ich glaube, nicht mal schlecht. Fliegt los jetzt. Alter, Moment. Schaffen wir das in 10 Minuten? Geht knapp. Aber wenn nicht, dann landen wir nochmal auf irgendeiner Insel. Ist der Kevin on oder was? Ich weiß noch. Nö. Wäre natürlich doof, wenn der Server einfach abkackt jetzt. Oh, scheiße. Ich ahne Schreckliches. Cannot fire. Oh, jetzt wartet man eigentlich schon wieder auf 300, wenn wir einen Russen-Elig gehabt hätten. Ja. Sektor B. Versuch Nummer 2. 18 Kilometer. Eigentlich dritter Versuch. Ja. Beim ersten Mal gelandet und dann... Resort. ...schnell weg. Genau. Ah, da ist die schöne Brücke. Oh Gott. Jetzt muss ich ja ein bisschen hochfliegen. Warum? Beim D-Gleiter-Berg. Der Berg ruft. Kann man da unten mit diesem Kreuzer, mit diesem Riesenschiff was machen? Nee, ne? Nee. Boah, jetzt hätte ich gedacht, mein... Oh, Norge. G35k. Äh, G36k. 7 Meter. Fliegst du bewusst so langsam? Ja. Hätte ich die Höhe erreicht. Okay. Weil dann kann man wenigstens dann noch mehr Speed geben. Gibt's eigentlich eine Maximalhöhe? Ich weiß nicht. Können wir auch alles in Armor ausprobieren. Ja. Armory. Da gibt's auch die Jets. Jedenfalls hab ich schon mal. Da gibt's so einen Überschall-Jet hier mit 1,1400, glaub ich, kann der fliegen. Echt? Hm. Lol. Und das ist halt auch tatsächlich Überschall. Also, in-game, richtig realistisch. Du siehst erst den Jet an dir vorbeischießen. Und irgendwie erst eine Minute später kommt der Schall an. Ja. Das ist halt heftig, wenn du dann schnell übers Airfield fliegst, eine Bombe fallen lässt. Und wenn sie dich hören und dann nach oben schauen, dann kommt die Bombe schon an. Das ist echt cool, ja. Wir werden jetzt eigentlich gar nicht mehr auf die hintere Tankinsel. Das ist perfekt. So. Was? Wieso? Was? Was? Wieso, 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 was? Wieso wollen wir da hin? Äh, ist ja ein Restart. Oh ja, ich hätt' dacht' Wenn er denn stattfindet. Wenn er stattfindet, ja. Also, ich hätt' schon gesagt, dass wir dann trotzdem mal hingucken. Du Tankinsel. Ja. Jo. Können wir schon machen. Ich hab' so Schiss, dass jetzt ohne Ankündigung jetzt einfach der Restart gleich kommt. Ja, das wär' so blöd. Dann wär' wieder alles komplett umsonst. Das, das ist das Schlimmste in mir, halt. Wie schafft man's eigentlich hier, wie der eine gerade im Chat, minus 15.000 Humanity. Was musst du da alles umlegen? Also, ja. Entweder der hat's so gemacht mit irgendeinem Kumpel, die immer gegenseitig töten. Ach so. Hm. Oder, wenn er auch noch gespielt, schon ewig. Ich weiß noch, früher, als es noch diese ganzen Zusatz-Maps nicht gab, da gab's ja dann auch Bugs. Dann bin ich teilweise mit Humanity von minus 43.000 gespawnt. Und irgendwann, zack, ändert sich der Skin und ich war wieder normal. Aber ist ja auf Null. Was ist das für ein Schloss? Hm. Keine Ahnung. Ah, okay. In fünf Minuten Restart. Schaffen wir das noch zur Tankinsel, Samu? Ja. Ja. Ganz locker, sagst du das. Oh, echt? Wir haben 13.000 Meter in fünf Minuten geschafft. Also, wir haben ja 12.000 auch so schaffen. Das ist zwar knapp. Das ist zwar echt knapp. Ich glaub, wir landen auf der Ölplattform, oder? Äh. Sicher. Elf Kilometer haben wir noch. Elf Komma drei. Gib Gummi jetzt. Soll ich unter dem Wasser fliegen, oder was? Jetzt am Anfang höher fliegen sollen. Ich war auf 600 Meter oben. Flieg so, damit's passt, Junge. Okay, okay. Dress mich nicht, ey. Ohne Witt. Ich hätte mir gerne den in den Kopf. Wo ist man jetzt eine Alternative, wenn wir uns Nid schaffen? Nix. Naja, nix würde ich jetzt nicht sagen. Willst du Nid bleiben wir wieder zurückfliegen? Are you fucking serious? Haha. 4 Minuten zusammen. Und links von Sektor B, diese größere Insel? Da kann man nicht landen. Kann man nicht landen. Achso. Da muss man jetzt überlegen, bitte gescheit, was du machst. 4 Minuten, 8,5 Kilometer. Doch, das schaffen wir. Danke. Wenigstens einer. Ja. Ja, wenn ich mal hochrechne, dann geht das. Hoffe ich. Ey, das wird fein wirklich knapp. Warte jetzt bitte keinen Scheiß. Nee. Ich hätte umgedreht. Ich soll's euch jetzt schon. Ich hätte umgedreht. Schön, dass du umgedreht hättest. Was, Samu? Schön, dass du umgedreht hättest. Ja, geil. Ja. Es wird zwar echt knapp. Was sterben jetzt alle hier? Es schaut nicht gut aus, wenn alle sterben. Aber wenigstens lest du mal im Chat, dass sie sich bekriegen. 3 Minuten, 5,8. Mein Herz klopft. Ich bin ein guter Pilot. Mein Name ist Sergeant Sam. Wenn nicht, dann spiel ich jetzt raus. Ich hab euch alle lieb. Dann schwimmen wir auf Sektor B. Dann schwimmen wir jetzt einen auf Sergeant Schnell. Jo. Ach du Scheiße. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, Kevin, gleich schmeiße die Asse. Schade, dass es nicht so ein Button gibt. Das wird jetzt echt knapp. Ja, freilich wird's knapp. 4 Kilometer noch. Oh mein Gott, Samu, ey. Das wird nix. Gewusst. Nee, Alter. Alter, flieg schneller jetzt, Mann. Noch drei Kilometer. Wie viel haben wir in zwei Minuten geschafft? Zwei Minuten. Ach du Scheiße. Noch zweieinhalb. Ey, es könnte klappen. Nee. Zwei Kilometer. Ja, nee. Keine Ahnung. Es könnte klappen. Doch, ich schau auf die Map. Da schaut es besser aus. Du musst die Map öffnen. Aber es sind immer noch 1,2. Alter, das wird so knapp. Aber du musst jetzt dann sofort runter. Ja, blitzschnell landen, Alter. Ich mein, wenn es eine Minute heißt, dann haben wir immer noch 60 Sekunden. Das schaffen wir. Alter, solche Aktionen, ey. Jetzt stell dir vor, da stehen welche. Und jetzt, land Samu, lande. Runter. Es war zu weit. Nein. Oh Gott. Eine Minute. Alter. Achtung, Achtung, Tankstation. Passt, passt. Runter jetzt, runter jetzt, runter jetzt. Was für eine Aktion, Alter. Und ausloggen. Ausloggen.